Zeitlosigkeit, Funktionalität und hochwertige Materialien gelten als die Synonyme für dänisches Design. Die Hauptstadt Kopenhagen scheint der Ort zu sein, wo diese Strömung, diese gestalterische Energie, aus der die puristische Eleganz hervorgeht, wie durch ein Brennglas sichtbar wird. Kühne Entwürfe, die nicht gewöhnlich sind und gerade deshalb überdauern, dafür steht auch die Marke Audi. Kaum ein Auto könnte daher wohl besser in die Stadt Kopenhagen passen als der Audi A6 Hybrid. Er verkörpert, ebenso wie die Kopenhagener Konstruktionen, Leichtigkeit, nachhaltiges Design und Zukunftsdenken. Der Audi A6 Hybrid bedeutet außerdem Erneuerung und die Nutzung intelligenter Technologien. Teil der Lösung für die Herausforderungen der Gegenwart zu sein, ist ein Anspruch, den nicht nur die Bauten Kopenhagens erfüllen, sondern zweifelsohne auch der Audi A6 Hybrid.